So, mitmachen. Wie viele Stunden wir heute aufgenommen haben. Wir haben wirklich keine Hobbys. Ja, ne? Wir verschwenden unser Wochenende von Minecraft. Das ist echt armwählig. Ja, das zeugt echt davon, dass unsere Eltern uns vernachlässigen. Ja, das stimmt. Ich muss ja erst mal kurz den Schmalz auf meinen Haaren waschen gehen. Ja, ne? Ehe, du wäschst ja die Haare. Auch nur für die Berufsschule, oder? Ja, ja. Ne, ne, für die Hauptschule. Damit du Haftbefehl treffen kannst. Das war aber beleidigend. Kevin war ja auch ne Hauptschule. Oder bis ich, das ist ja, man hat nur seine Vorurteile. Das stimmt. Also nix gegen dich, Kevin, aber ha, 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 Hauptschule sind heutzutage wirklich zum Teil echt, naja. Ja, das kann man von jedem sagen, denn das ist immer traurigend schlau. Ja, klar, aber es gibt wirklich heutzutage, Hauptschule, da kriegst du dich wirklich, die in die Kuh zum Atmen haben. Ich weiß ja nicht. Solche Schüler, solche Leute gibt es also, wirklich. Auch Realschule, sich zu geben. Das sind doch, die in die Kuh zum Atmen haben, die in die Kuh zum Atmen haben. Das sind doch, die in die Kuh zum Atmen haben, die in die Kuh zum Atmen haben. Ja, ja, klar. So, bei mir trifft es Klischee wirklich zu, zu hier in meiner Umgebung halt bei mir an der Hauptschule. Es ist schade, wie das Niveau sinkt. Ein Zombie klopft an. Komm herein, wer das Rauern? Tritt ein, bringt Geld herein. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Ja, Creeper, du kommst mir auch noch gerade recht. Ja, mach doch. Bei mir doch egal sein. Jo, jetzt bin ich schon über Level 30. Jetzt muss ich überlegen, wenn die Dachkonstruktion richtig am besten war. Ach, jetzt geht die Kiste hier nicht mehr auf, Mist. Ja, ja, dann müsst ihr jetzt abbauen. Aber das hätte ich dir auch schon vorher sagen können. Weil die war, ja, etwas ungünstig gesetzt. Hm. So. Dort. So, es ist immer so ruhig. Alle sind irgendwie konzentriert am irgendwas bauen. Yes, we are. Ja, das ist immer so. So, hier mache ich jetzt mal Stein und den ganzen Plunder rein, zack. Ja, da kommt auch mal rein, Stein kommt, zack. Eisen auch, Glas. Treppen, so, bis ich jetzt mal auflösen kann. Boah, ey, was ist denn los? Kevin, erinnerst du mich bitte in Zukunft daran, dass ich nie wieder ein Haus mit derart vielen Ecken bauen werde? Werde ich tun, hoffe ich. Erinner mich dran, dich dran zu erinnern. Okay, Kevin, jetzt habe ich ein Problem. Kannst du dich mal kurz zu mir hochporten? Ja, warte, ich will nur da hinten schnelles Zeug einsammeln, sonst... Oh, das sind sogar noch die Diamanten. Ja, das wäre jetzt... Okay, sind alle da. Ist nichts verschwunden. Oh, wir haben Spinnendinger, da können wir uns denn mal wollen machen. Ja, aber ich brauche nämlich hier oben Holz und ich kann nämlich nicht runterkommen. Deswegen. Ja, Moment. Ach, scheiß drauf, ich muss eh mal runter, ich muss mein Inventar entladen. Ähm, du musst dann hier oben echt mal alles neu ordnen. Kann ich dir schlagen? Ja, ich bin gerade, ich bin gerade dabei hier. Moment, kann ich dir mal ein paar Sachen hinwerfen vielleicht? Habe ich jetzt mal... Habe ich jetzt hier mal Blöcke reingemacht. Gut, du kennst ja meine Ordnung so ein bisschen. Ja, so ziemlich. Ja, wir brauchen dann halt noch mehr Kisten. Aber hier sind jetzt zumindest immer Blöcke drin, also Erde, Sand, Stein und das alles. Das ist halt mal jetzt wenigstens weg, ist hier mache ich jetzt mal... Das machen wir hier rein. So, ich habe dir hier mal ein paar Sachen hingelegt, die du auch sammeln könntest. Mal hier mal Wertstoffe rein. So, bitteschön. Ähm, da liegen ein paar, wir gehen schon, ne? Hast du irgendwo die... Ah, Fichtenholz, perfekt. So, durch die... Oh, hier, 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 nicht wieder an meine eigenen Items reinlaufen. Also, wir brauchen hier auf jeden Fall noch Kisten. So, natürlich, das Problem. Ach, egal, ich stecke mich hier einfach hoch. Wird schon passen. Gut. Passt. Nicht. Kannst du übrigens den Sand, wo ich mich gerade hochgesteckt habe, auch wieder abbauen, wenn du willst, also... Mir ist egal. Ja, ja. Habe ich jetzt das Eisen... So. Da ist es doch. Es ist nicht da rein. Da rein. Eisen. So. Ich habe also das Gefühl, dass ich hier irgendwann das Dach von dem Haus nochmal ändern werde. Ich mache das hier mal so. Weil ich weiß, wie gefällt das Dach so, wie es jetzt gerade ist, irgendwie noch nicht so ganz. Aber ich glaube, das ist... Wow, 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 spinne, 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 spinne. Irgendwo schreit ein Zombie. So, jetzt hier nur noch ein paar kleine Korrekturen vornehmen. Gut. Ich nehme jetzt hier nur noch ein paar kleine Rechnen, nennen sie mal Pixel-Korrekturen vor, damit sich das Ganze hier anpasst. So eine Art Einheitsmuster, so ein bisschen. Gut. Yo. Fick dich, Skelett. Ja doch. Mir gefällt der Dachboden so. Und dir? Ja, passt. Ich bin hier gerade am Kisten sortieren, deswegen. Ich sitze hier die jetzt mal irgendwie so ein, wie ich es meistens mache. So ist eigentlich am besten. Das war ein bisschen umständlich vom Platz her, aber okay, von mir aus. Ich meine, da brauchst du halt einfach nur noch Shift drücken, dann ist es drinnen, ne? Na gut. Was ist halt bei mir das? Ah, ich muss unbedingt die blöden Sounds rausschmeißen. Ähm, WTF, wie ist das Skelett hier oben reingekommen? Hehe, WTF. Okay. Ich bin vorher durch die Tür reingekommen, das Skelett ist mir hinterher gerannt. Okay? Ich hab die Tür zugemacht. Das Skelett stand vor der Türe. Ja, spawnen kann hier ja auch nix sein. Also spawnen kann es auf jeden Fall nicht, weil innen alles beleuchtet ist und alle Türen sind geschlossen. Ähm, WTF, 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 WTF. Halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz. Alter, Schwede. Geil, hat ein... Da ist ein Brot! Nein, 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 nicht jetzt, du bist gerade... Alter! Ach, der Bettner ist ja da, der kann doch nix. Guck mal, ein Schuss und der ist tot. Ja, mit nem halben Herz war das grad ein bisschen gefährlich, mich da reinzuwerfen. Die kommen hier durchs Wasser rein. Jetzt, verstehe ich. Naja, gut. Okay, hast du noch irgendwie Boote oder... Nee, ne? Ich hab noch ein Boot, ja. Ach, scheiß auf, ich craft einfach zwei neue. Leg ich es einfach irgendwo oben in die Kiste mit rein. Ähm, dann leg ich es in die Holzkiste. Na, Eichenbretter, ähm... So. Birkenholz. Fichtensetzling, Setzling. So, jetzt ist wenigstens mal das Inventan ein bisschen leer. Okay, das ist... Das... Äh, ja, ich hab Wolle, dann mach ich gleich mal. Ich hab sogar eine Werkbank dabei, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Mann, ich hasse es, wenn Boote kaputt gehen, ist mir scheißegal. Das cheate ich mir wieder, weil das seh ich nicht ein. Das ist ja wirklich Situation, da seh ich's ein, wenn ein Boot kaputt geht. Und dann gibt's wieder so Situationen, da denk ich mir... Nö. Nö. Nö, du konntest vergessen. Ich stell das Bett mal, äh... Nö, ganz ehrlich. Nö. Das seh ich nicht ein manchmal, wirklich. Muss man da wirklich 30 Mal zur Workbench laufen, bis da dieses Boot dann echt richtig drinne ist, ey. So, die Öfen müssen wir auch nochmal irgendwann umsetzen. Ofen, ja. Können wir machen. So, gut, dann... Zack, zack, zack. Hier war noch Glas drin in dem Ofen. So. Schade um die XP. Zack. So, die Crafting Bench haben wir auch noch. So, da. Komm ich mal nach oben. Kannst es dir hier einrichten, wenn du möchtest, in dem Kistenlager. Nö. Weil das andere haben ja Ex und ich gemacht. Hier kannst du frei bestimmen. Sagen wir mal so, das hier ist dein Reich. Ja, mein Reich. So. Irgendwo soll ich ein Blumen reinmachen. Keine Ahnung. Krempel, mach ich das mal rein. Also sonstiges. Oder wenn ich eine Gartenkiste hab, dann in der Gartenkiste. Ja, haben wir irgendwo eine sonstiges Kiste? Ich glaub nicht, ne? Nee, noch nicht. Hm, 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 hm. Das ist ein... Ich hab ne Idee, wo man die Würfen reinpacken kann. So, zack, zack, zack. So, jetzt haben wir eine sonstiges Truhe. Okay, kannst du ja dann noch irgendeine Beschriften oder so? Keine Ahnung. Mach's mir nicht. Ja. Mach mir schwulstink. So, Pfeile. Mehr Pfeile. Wow, wie viele Pfeile das ich hab. Sattel. Oh, ganz hinten am Dachboden steht eine Kiste, ganz alleine. Oh. Da tun wir Werkzeuge rein, würd ich sagen. So. Das ist die Kiste, die keiner will. Voll der Außenseiter, ey. Oh, so. Volls brauch ich mal sechs Stück. Ähm, dann craft ich dir gleich mal ein paar Schilder. Wo der kommt. Ich weiß noch, wo ich zum allerersten mal in der 1.3 gespielt hab und hab ne gewusst, dass man da mehrere Schilder bekommt. So. Ich hab den ja einfach mal hinbekommen. Ja. Da bekommt der jetzt halt drei. Oh, Rezept. Ja, ja. Das hab ich nicht gewusst. Hab ich keine Ahnung dann, wie viele gehabt. Ja, äh. Ich hab sie einfach mal hingehangen. Musst halt abmachen und dann so hinhängen, wie es dir passt. Gut. Und halt auch Beschriften und so weiter. Kakaobohnen essen. Essen könnten wir unten hin machen. Ne Kiste für Essen. Weizen. Kürbis ist auch sozusagen. So, die restlichen Schilder geb ich dir mal. Bitteschön. Das Mittel. Gut. Feder. Sonstiges. Stockes. Ach, Stocke. Halt ich mal. Stocke. Stöcke. Stocke. Vielen Dank.